Sooo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architekt. Ja. Äh, gestern waren die Folgen leider nicht so toll, weil ich, ähm, ein bisschen müde war, weil ich vorproduzieren musste, deswegen hat es nicht so toll geklungen, aber ist ja egal. Jetzt geht's ja wieder. Äh, ich guck mal kurz unter Versorgung. Wir probieren's einfach mal aus. Okay, nein, wir probieren's nicht aus. Ich hab's gerade oben noch gesehen. Es ist nicht gut. Äh, wir demontieren ihn. Wir brauchen wirklich einen eigenen Generator für die scheiß Küche. Ich glaub's nicht. Ich glaub, was jetzt... Ich glaub nicht, was ich jetzt gerade mache, aber... Naja. Egal. Egal. Versorgung. Wir werden dann erst mal jetzt hier abreißen. So. Natürlich wieder beschleunigen. So. Genau. Wir werden einen Generator da aufbauen und den... Ja, ein Kreis ist halt blöd da. Ja. Aber ich könnte auch so ein anderes nicht hinbauen, deswegen lässt man da einfach... So in der Ecke stehen bleiben. Sooo, dann bin ich wieder. Äh, ja. Ihr seht, ein Tod... Tod da halt irgendwie... Ach, in den Duschen schon wieder. In den Duschen schon wieder, wie immer. Da war gerade nämlich eine kurze Unterbrechung. Äh, Versorgung. Hui, das geht ja da hinten raus. Das sollte es nicht tun. Das müssen wir bitte hier unterbinden. Ne, der macht das nur da. Dann Kondensatoren. Ne, der Kapazitator dahin. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das mal im größten Teil erreichen. Ich hoffe. So, mal gucken, dass es so funktioniert, wie ich das möchte. Ja, das funktioniert jetzt natürlich nicht. Weil es nur einer ist. Die dann sich mal ein bisschen beeilen. Mal gucken, ob es einer mit diesen sechs Kapazitatoren aus... äh, schafft. Wenn nicht, wir müssen mal gucken, dass ich nochmal aufteilen ein bisschen. Das ist das Schlimm... äh, schade, wenn nicht... Oh, da war gerade irgendwas. Ach, das war ein Baum. Da gerade, da gab es ein Feuerwerk. Waren schalten. Ja, jetzt schafft er es schon. Also die ganze Küche schafft er sowas als ich nicht. Das finde ich sehr schade, aber vielleicht schafft er den Bereich hier noch. Wenn wir hier den erstmal abreißen. Und wir dann einen Schalter nehmen und den erstmal da hinbauen und dann noch ein Kabel nehmen. Ah, das ist hier noch verbunden. Oh, das ist da noch verbunden. Ja, das ist da noch verbunden. Und wir hatten hier mal irgendwann angefangen zu gehabt, Springglar zu bauen, aber haben wir es irgendwie nicht weitergemacht. Das finde ich schade. Oh, schon wieder ein Feuerwerk. Ja, Feuerwerk. Ja, es braucht dann nur noch das Kabel bitte hin, damit die Kühlschränke wieder funktionieren. Ja, da kommt das Kabel an. Oh. Ach. Das ist scheiße. Das fangen gerade an zu kochen. Das ist noch blöder. Was? Schon wieder? Ich glaub's ja nicht. Bis da unten hin. Ja, was soll ich denn jetzt da machen? Wir machen erstmal... Ne, wir machen erstmal das dann. Und dann werden wir natürlich, dass wir verfilmen müssen, erstmal. Fehlen die hier? Von da ganz oben haben sie sich untergebracht, glaub's ja nicht. Ähm... Wir können dann morgen kommen, zwölf neue Leute, das finde ich gut, das gibt wieder richtig Geld. Zwölf neue Leute. Zwölf neue Leute. Zwölf neue Leute. Medizin wurde gefunden. Naja, wir haben's erstmal so gelöst. Da können wir hier die erstmal demontieren. Zwei Stück. Und dann müssen wir das jetzt nochmal über den unteren Generator mitlaufen lassen, müsste der hier sein. Das ist ja. Ein Knüppel. Ja. Schläft, aber... Aber... Arrestet. Äh... Einzelhaft. Einzelzellen haben wir hier noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, das sollte... Soll ein bisschen ausreichen. Die Küche müssten wir eigentlich mal hier... Äh, hier unten waren wir ja gewesen. Hier hätten wir die Küche gebaut gehabt. Das wollten wir ja machen. Da wollten wir hier... So ein großes Ding. Da wollten wir erstmal Serviertisch hier machen. Da war, glaub ich, die Folge vorbei oder so. Ach, passt perfekt. Ist das nicht perfekt? Ich find das geil. So. 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 Und jetzt kommen noch die Bänke hier ran. So. Huch. Das war jetzt nicht geplant. Äh, so. Genau, und Sprinkler. Da, Sprinkler. Über jeden Tisch einen. So. 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 Über jeden Tisch einen Sprinkler. Geht es in der Mitte hier noch so ein Versorgungsrohr durch. Ein Versorgungskabel natürlich wieder. Ach, wer ist auf so eine beschissen Idee gekommen, dass es den Versorgungskabel zu nehmen. Und dann geht es natürlich jetzt hier noch von jedem Ding hier noch so ein... Ach, was, Markus, ab. Da warten wir kurz ab. Das stellen wir auf offen. 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 Das stellen wir auf offen. Und das hier stellen wir auf offen. Auf offen. Ich hatte doch gesagt, wir sollten hier bitte den Tunnel verfüllen. Ach, wird schon gemacht. Aber natürlich wieder. Jetzt haben sie ihn gerade gefunden. Sag, er ist da oben hin. Ich glaube es nicht. Und noch weiter. Wow. Bis wohin denn? Bis dahin. Krass. Habe ich gar nicht von denen erwartet. Ah, eine Spitzhacke wurde gefunden. So. Ah, ja. Warum haben wir hier fünfmal gestanden? Noch eine Spitzhacke. Gift. Jetzt finden sie ihn gerade. Jetzt finden sie ihn gerade. Wir müssen uns wahrscheinlich mehr Schlüffelpatrouillen hier reinschicken oder so. So. Jetzt laden die gerade noch das Essen ab. Oh, schon wieder ein Toter. Ja, Tesa. Ich habe ihn gehört. Ist das Alkohol? Ne, Essensreste. Na doch, Alkohol. Ach ne, das waren die hier. Essensreste. Ähm, so. Lieferung von Gefangenen. Ach, 500 kriegen wir nur für einen. So. Jetzt gibt es hier Versorgung. So. So. Also so funktioniert ungefähr. Ja. Naja, so. Einen Knüppel gibt es. So. Und dann können wir das hier einrichtung. Äh, nee, das waren Räume. Kantine. Gibt es noch eine Kantine für die? Tisch. Gibt es doch Tische. Ja, gut, jetzt gibt es hier noch kein Essen für die. Tut mir leid. Also. Es gibt schon Essen, aber. Die waren ein bisschen zu langsam hier. Äh, wir haben ja unsere Großküche da. Da können die eine Menge kochen. Die Funk zieht da sogar noch unsere Großküche. Äh, apropos Großküche. Huch. So. Ne, den Kapazitator können wir nicht wegmachen. Die ist eine Handkapazitator. Die war auch ein Licht, fällt mir gerade auf. Denkst du schon, warum ist das so dunkel da drin? Huch. Äh, Versungung. Ein Kabel. Nee. So. Wir sind ungefähr da hin. Und dann gibt es jetzt die Einrichtung. Jetzt gibt es hier Lampen. Gibt es da. Da vor jedem Tisch gibt es eine Lampe. So. Und das haben wir schon mal im Ernst da nicht drin. Die Sprengler sind ja auch bald verlegt da. Sollten die gleich das Wasser kriegen. Ich verstehe irgendwie nicht, wie für das ganze Gefängnis nur eine. Ja. 6.000 für vorzeitige Anlassung. Irgendwie für das ganze Gefängnis nur eine Wasserpumpe. Ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, aber wir haben eine. Äh, so. Jetzt hier nochmal ein kleines Ohr. Ja, bitte da hin. Und jetzt, wupp. 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 Und, okay. Ja, und das funktioniert so. Ja, die essen dann noch, wenn sie Hunger haben. So wie es aussieht. Jetzt gibt es wieder Essenszeit. Hier hast du natürlich nicht genug Essen da. Wer hat es erwartet. Und will nur keiner essen, so wie es aussieht. Da oben unsere Kartini ist auch nicht mehr so überfüllt. Wie sieht es hier aus? Geht so. Gibt es hier irgendwo Tunnel wieder zu verfüllen? Ja, irgendwo gab es hier gerade einen Tunnel. Ich glaube, der war irgendwo da oben. Da ist nur auf alle Fälle 60 Euro mir gerade abgezogen. Deswegen habe ich es gesehen. Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ah, hier standen sie flässig. Nur mal ein Schöter. Ne, noch. Oder wir können hier unten nochmal einen Tisch hinstellen, damit die noch produktiver werden können. Stellen wir hier so einen mal dahin. Hier mal so einen dahin. Der unterrichtet fein. Ah, wir haben noch einen Tisch. Tja, wir haben Simpsons als Tischler. Das finde ich toll. Das finde ich richtig, richtig toll. Wir haben einen zweiten Tischler. Und wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Aber mit diesem zweiten Tischler kriegen wir mehr Geld. Und das ist cool. 1080 Exporte. Haben wir überhaupt noch Liu da? Ich glaube. Ich hoffe. Ich hoffe, dass er auch gerade Tischler war. Hier sitzen sie alle. Wie sieht es mit der Bücherei aus? Ja, der ist da und handwerkelt irgendwie. Aber irgendwie sieht es immer noch schlimm aus hier. Logistik. Qualifizierte Gefangene 3. Qualifizierte Gefangene 22. Hier ist einer. Wow. Wie geht es da nur einer rein? Hier. Hier gibt es. Hier wollen so viele rein. Und der sortiert immer noch die Bücher drauf ein. Ne, der sortiert sie gerade wieder aus. Ne, der arbeitet da und sortiert die ein. Glaube ich, so wie es aussieht. Die arbeiten hier in der Wäscherei. Wie sieht das da aus? Sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Das reicht locker aus. Die Wäschmaschine im Moment noch. Die reichen aus. Ne Schere. Ich baue mal ein paar mehr Wäschekörbe hier rein einfach. Ein paar mehr Wäschekörbe. Krankenbett, Schreibtisch, Bügelbrett. Ich meine Bügelbrett, da kann man hier auch nochmal reinsetzen. Alle zwei. Wie es jetzt ein bisschen voller hier drin aussieht. Und wie sieht es im Mailroom aus? Immer noch so grauenvoll. Jetzt essen sie gerade alle. Mal gucken. Ist irgendwie immer noch kein Essen. Ich glaube, die machen wir. Ich glaube, die Küche kommen damit nicht klar. Brauchen wir hier Küche? 20 Küche. Wo rendieren sie? Aha. Apropos Müll. Einmal sehe ich gerade da. Einrichtung. Abfalleimer. Ja, der Abfalleimer. Da ein hin, da ein hin, da ein hin, da immer schön hin. Apropos, wir haben auch gar keine Tischbretter hier, sehe ich gerade, äh, keine, keine Bretter hier, sondern da, so eine Tablette, Tabletts. Hat der Hund, glaube ich, gespürt, hat der Hund gerade aufgespürt, ja. Genau. Oder, ne, da stand unter Drogen ein, so, äh, unter Drogenkonsum oder irgendwie sowas, weiß es nicht. Weil vielleicht kommt gerade unser Abfall immer da. Was wollten wir hier reinmachen? Wollten wir hier eine Dusche reinmachen? Ich glaube, eine Duschi. Machen wir auch hier so eine große Duschi, die immer durchzieht sich. Was könnten wir denn noch hier reinmachen? Büro, Krankenstation, Leichenhall, Zwänger, Klassenraum. Wir könnten hier nochmal einen großen Klassenraum reinmachen, die da oben umbauen. So, was bauen wir die hier um? Ich glaube, die bauen wir hier oben zu... Hm. So ein Duschraum, glaube ich, nochmal. Ne, wir haben ja leider den Duschraum direkt. Zum Besucherzimmer haben wir ja auch, zwei Familien warten auf Besuch, ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben so einen Arbeitsraum hier. Machen wir nochmal. Genau, ich glaube, das ist nochmal. Ja, unten machen wir nochmal einen Duschraum rein und einen Klassenraum. Da teilen wir das hier durch zwei, oder was ist denn das hier? Wie viel sind denn das? Wie viele Blöcke? 16. Bei 8. Und dann kommen hier, oder dann kommen hier nochmal 8. Ja, das ist jetzt halt blöd. Da brauche ich eine zwei große Bande eigentlich. Aber die Dusche ist ein bisschen kleiner. Dann kommt hier die Dusche rein. Ach komm, wir machen mal die Dusche gleich so hier. Dann machen wir dann hier nochmal so einen Gang rein. Wie gerne einzelne Klassenräume. Dann machen wir hier, wie viel ist das? Äh, ne, dann machen wir hier bei 10. So. 10. Weil's hier auch 10, nicht wahr? Ja. Und dann hier kommt noch irgendwas anderes rein. Das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle kommt hier dann eine Dusche rein. Aber dann würde ich sagen, hier immer so eine Abschnitte. Auch so in 10er-Abständen. Hier ist natürlich jetzt kein 10er-Abstand, das ist klar. Und wir machen dann hier so einen Duschdinger hin immer. Und hier machen wir Kloß hin und da machen wir auch Kloß hin. Machen wir vielleicht hier nur Kloß hin. Genau, wir machen erstmal jetzt hier Duschkopf. Ne, halt da noch nicht. Da nicht. So. Mal Toiletten. So. Jetzt kommen hier noch Duschkopf hin. Da staut sich der Bordtrupp davor. Ähm. Mh. So. Halt. Hier nochmal abbrechen. So. Mh. Wand. Wand. Noch eine Wand. Und hier so. Und hier Einrichtung. Ich glaube, sonst hat das auch schon wieder vorbei. Ja. Aufstand irgendwo. Unsere Zeit ist auch vorbei. Ja, ich bedanke mich für's Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschö, tschö. Tschö, tschö.